Rote-Rosen-Vorschau Folge 3617 Malte schafft es, sich nicht als Pier zu outen, und löscht sein Profil. Annette ist sauer und verabredet sich spontan mit einem anderen Mann zu einem Deed. Das lässt Malte nicht kalt und er sagt ihr endlich die Wahrheit. Bernd sieht, wie Finn unter der Attacke im Gemüseladen leidet, und zweifelt erneut an der Verbindung. Er setzt eine Intrige in Gang, die Finn und Niki auseinanderbringen soll. Sandra dagegen versucht Niki auszureden, sich aus Liebe von Finn zu trennen. Charlotte schöpft Hoffnung, dass Philipp etwas für sie empfindet, als er sie vor Amelie verteidigt. Doch sie hat Zweifel. Carla will ihr helfen, ohne genau im Bilde zu sein, und ermutigt sie. Auch Simon befeuert unbewusst ihre Verliebtheit. Umso entsetzter ist sie als ihr dämmert, sind Philipp und Carla ein Paar. Britta erlaubt Lilly, bei Carla zu übernachten. Hat insgeheim aber Angst, Lilly zu verlieren. Sowohl Ben als auch Hendrik versuchen ihr klarzumachen, was für eine tolle Mutter sie ist. Doch bei der Abholung will Lilly nicht wieder nach Hause. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020